Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, ihr habt sicherlich vieles mitgekriegt, zum Beispiel von Gronkh oder anderen YouTubern, die jetzt auf Vidmi rübergegangen sind. Vidmi ist eine Videoplattform alternativ zu YouTube. Dort werden viele YouTuber, oder sind viele YouTuber hingegangen und laden ihre Videos dort hoch. An sich keine schlechte Idee. Und ja, siehe da, ich hab mir gedacht, weißt du was, wir probieren es auch mal einfach aus. Geld kriegen tun wir ja eh nicht dadurch, aber ausprobieren schadet ja nicht. Das Einzige, was sich ändern wird, ist halt, dass wir nicht mehr nur Videos auf YouTube machen, sondern auch auf Vidmi. Aber keine Sorge, die YouTube-Videos werden weiterhin dieselben sein, die auch auf Vidmi kommen. Das heißt, die Videos zum Beispiel Warface, die ich ja hauptsächlich ja mache, wie ihr wisst, werden auf YouTube und auf Vidmi hochgeladen. Nur auf Vidmi könnt ihr halt auch, ja, meine Videos schauen. Sagen wir es mal so, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie Dots vorbeizuschauen. Würde ich mich freuen. Ich würde mal den Link von Vidmi unten in die Videobeschreibung packen von dem Kanal. Ob ihr vorbeischaut und mir ein Follow da lässt, das dürft ihr selbst entscheiden. Ich gucke mal, wie es wird mit Vidmi. Wenn es mir nicht mehr gefällt, werde ich auf jeden Fall weiterhin nur noch auf YouTube-Videos machen. Aber wir probieren es einfach mal aus und gucken, wie es sich entwickelt. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Das wollte ich nochmal sagen. Wie gesagt, Vidmi ist eine Alternative zu YouTube, die ich selber ausprobieren werde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Kanal mal vorbeischauen würdet auf Vidmi. Werdet ihr erstmal nicht viel finden, da der ja noch ganz neu ist. Ich werde den Link mal in die Videobeschreibung packen und würde mich über eine große Anzahl an Zuschauern freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Euer John Warface. Ciao.